Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich hatte bisher nie Probleme, mich in Häusern auszubreiten. Die Leute sind einfach weggelaufen, wenn sie mich gesehen haben. Natürlich, ich bin auch furchteinflößend. Und die Häuser waren wie gemacht für mich. Ich hab mich richtig wohl gefühlt. Aber jetzt? Seit sie mit Kabel zusammenarbeiten, habe ich keine Chance mehr. Durch gezielte Schulungen wissen die Leute genau, welchen Feuerlöscher sie verwenden müssen. Angst hat keiner mehr. Sie freuen sich schon fast, wenn sie mich löschen können. Langsam bekomme ich Angst. Egal wo ich anfange, irgendetwas hält mich immer davon ab, mich auszubreiten. Alarme, Feuerschutztüren, Rauchabzug. Es ist wie verhext. Vielleicht sollte ich einen anderen Karrierepfad einschlagen. Das mit den Häusern ist mir einfach zu gefährlich. Also rufen Sie ruhig Kabel an und lassen Sie sich helfen. Ich bin raus. Denn hier habe ich keine Chance. Ich bin raus. Ich bin raus.